Angenommen, Sie möchten in Spalte A die Monatsnamen als aufsteigende Reihe erzeugen. Der Januar steht schon da. So geht's. Klicken Sie auf den Januar. Zielen Sie mit dem Mauszeiger genau auf das sogenannte Autoausfüllkästchen. Sobald Sie es im Visier haben, verwandelt sich der Mauszeiger in ein kleines schwarzes Fadenkreuz. Ziehen Sie das Fadenkreuz mit gedrückter linker Maustaste nach unten. Als Orientierungshilfe zählt Excel die Monate brav mit. Sobald Sie das Ziel, in diesem Fall den Dezember, erreicht haben, lassen Sie die Maustaste los und fertig ist die Reihe. Excel akzeptiert auch die Kurzform. Für Wochentage gelten dieselben Spielregeln. Und weil Excel auch mehrere Reihen auf einen Streich erzeugen kann, nehmen Sie die Abkürzung und markieren beide Zellen. Ob Artikel 1, Position 1, Tagesordnungspunkt 1, all diese Schreibweisen akzeptiert Excel und bildet entsprechende Reihen. Bei Quartalen denkt Excel mit und beginnt nach dem 4. immer wieder mit dem 1. Quartal. Einen Datumswert zählt Excel zunächst in Eintagesschritten nach oben. Welche Variationen Sie haben, sehen Sie durch einen Klick auf das Symbol Autoausfülloptionen. Diese Optionen gibt es für jede Reihe. Je nach Zellinhalt, Text, Zahl, Formel oder Datum liefert Excel unterschiedliche Optionen. Ein letzter Hinweis. Sie können jede Reihe in jede Richtung erzeugen. Sie können jede Reihe in ihre Richtung entfernen, jetzt sind sie für eine Reihe. Vielen Dank.